Hallo, liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Spielwald. So, ich stelle euch ja hier das Roleplayer-Universum vor. Das heißt, ich stelle euch Roleplayer mit beiden Erweiterungen vor. Ich stelle euch Logup vor und ich stelle euch Kartograf und Kartografin vor. Beziehungsweise Kartografin werde ich so ein bisschen was dazu sagen, bei denen, wenn ich Kartograf aufbaue und die Regeln erkläre, weil ich es nicht da habe. Aber wir werden es ja Mittwoch, den 8.9. spielen, live. Wieder wie immer, ungefähr ab halb acht legen wir los und werden die Spiele alle spielen. Und da freue ich mich schon drauf und deswegen möchte ich es jetzt einfach hier auch noch ein bisschen vorstellen. Ja, und das wäre wie was haben wir ja durch. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Spielaufbau und zeige euch natürlich wie immer was bei Roleplayer und bei den Spielen überhaupt, was einfach so drin ist und wie man das Ganze aufbaut. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit. So, wir haben mal die Kartons. Jetzt habe ich nur meine Zettel noch vergessen, weil ein alter Mann braucht die, sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Und dann zeige ich euch jetzt erstmal, was hier alles drin ist. Und wir haben hier einmal das Hauptspiel und hier einen Erweiterungskarton. Ich habe beide Erweiterungen mehr oder weniger hier alle reingepackt. Ich habe auch von Folded Space die Inlays. Ihr seht, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, wobei es stimmt gar nicht. Wir haben es jetzt erst gespielt. Trotzdem staubig. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt hier die Boards drin, die Spielanleitungen und doch ja auch hier die Boards drin und die Sachen. Und hier ist eben der Rest drin. Und jetzt zeige ich euch einfach mal so, was alles drin ist. Also wir haben hier natürlich normale Spielanleitungen. Wir haben hier einmal Anleitung für Monsters und Minions und einmal Anleitung für Feenzenfamilias. Bei den beiden Anleitungen überschneidet sich natürlich sehr viel. Hier wird oft gesagt, naja, es ist das gleiche wie im Hauptspiel. Hier wird halt viel, was hier drin ist, auch beschrieben, weil natürlich man ja vielleicht nicht über beide Erweiterungen kauft, sondern eben nur eine. Deswegen ist hier alles einfach nochmal beschrieben. Hier hinten sind auch nochmal so eine Kurzübersicht. Die ist ganz gut, wenn man das Spiel schon ein bisschen kennt. Wenn man das Spiel nicht kennt und die einfach nur hinlegt, dann wird es schwer. Dann brauchen wir doch nochmal ein bisschen mehr als nur diese Kurzübersicht. Gut, nehmen wir mal zur Seite. Wir haben hier einen, ja, wie immer, Blätter für die Wertung. Dann haben wir hier von der Feenzenfamilias, die unsere, ja gut, wenn man es nicht dann einfällt, dann wird es blöd. So, gibt es doch nicht manchmal. Die Vertrauten. So, genau. Wortfindungsschwierigkeiten. Die Vertrauten. Okay, also wir haben hier die Vertrauten, die noch dazukommen bei Feenzenfamilias, wie gesagt. Und das sind einige. Also da ist auch gut was dabei. Und hier haben wir eben unsere Spielerboards. Und das sind natürlich, wenn man alle drei hat, also Hauptspiele plus beide Erweiterungen, hat man auch hier keine schlechte Auswahl. Ähm, ja, und ihr seht, also, ich gucke mal kurz, wie viele sind es hin. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, fünfzehn Stück, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Also da kann man schon, kann man schon was ein bisschen rumprobieren. Hier haben wir die Kampfwürfel. Hier haben wir unsere zweifarbigen Würfel. Ähm, hier haben wir Charisma-Marker. Ähm, hier haben wir, äh, Orts-Marker für, ähm, den Monster-Kampf nachher. Hier haben wir Wund-Marker und, ähm, hier haben wir Rum-Marker. So, dann haben wir hier drin noch unsere normalen Würfel, beziehungsweise, ähm, auch noch die Würfel der Erweiterung von, ähm, von, äh, Monsters & Minions. Und die kommen ja alle hier in Säckchen. Ich habe die hier jetzt noch nicht drin, die kommen aber auch rein. Wobei, jetzt ziehen wir nachher erstmal noch und dann beim Spielaufbau. Hier haben wir einen Start-Spieler-Marker. Ähm, hier haben wir die Plätzchen für Erfahrungspunkte. Wir haben hier für unsere Charakter-Tableaus, beziehungsweise für unsere Spielerfarbe eben zwei, äh, Klötzchen. Dann haben wir hier Geld. Hier haben wir die Monster. Und hier haben wir noch Gesinnungskarten und Ortskarten. Und hier sind dann noch Lakaikarten und Marktkarten. So, das ist dann auch schon alles. Und, äh, wie gesagt, ähm, von allem genug da. Wenn man beide Erweiterungen hat, ähm, kann man echt ein paar Mal spielen, ohne dass sich das Spiel, äh, schnell wiederholt. Gut, ich baue jetzt einfach mal auf, ähm, ich würde sagen, ich baue jetzt für zwei Personen auf. So mache ich es ja meistens, dass ich eben ein Spiel für zwei Personen aufbaue. Und, ähm, ja, dann fange ich doch einfach mal an und lege, wie gesagt, hier alle Beutel in den Würfel. Das heißt, ich lege auch diese Beutel in den Würfel. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Der Beutel ist, ähm, wie ihr seht, definitiv voll. Ich mache die, äh, Doppelwürfel einfach nachher auch wieder raus, weil sonst ist es echt schwer, den Beutel dann nachher wieder reinzubekommen. So, den Startspielermarker, den kann ich ja dann irgendeinen geben. Ansonsten wählen wir einfach zwei, äh, Charaktertapeaus. Das heißt, ich hole jetzt mir einfach hier als zwei raus. So, einmal, zweimal, na gut, einmal ein Mensch gezogen und einmal einen Drachengeborenen. Und, äh, ich werde das auch so lassen. Das heißt, wir haben ja immer eine männliche Seite und eine weibliche Seite. Das heißt, ich spiele jetzt hier einmal eine Drachengeborene und hier habe ich einmal einen Menschen. So, äh, am Anfang bekommt jeder Spieler erstmal fünf Gold. Spielt ihr zu dritt, äh, ist es so, dass der dritte nochmal ein Gold extra bekommt. Spielt ihr zu viert, ähm, bekommt der vierte zwei Gold extra. Spielt ihr zu fünft, äh, bekommt, bekommen alle wieder nur fünf Gold. Da gibt es also keine extra, ähm, keine extra Gold. So, ich lege die ein bisschen auseinander, weil wir hier natürlich nachher auch noch unsere Karten anlegen. Und, äh, das Nächste ist, dass wir jetzt einen Würfel ziehen und uns dann eben eine Klassenkarte, äh, nehmen. Das heißt, ich nehme jetzt einen Würfel, sollte ein Farbiger sein und kein Goldener, ein Normalfarbiger. So, jetzt habe ich einmal hier schwarz und hier habe ich grün. Ähm, sollte auch hier schwarz sein, dann gehe ich eben her, äh, gehe ich eben her und ziehe einen neuen Würfel. Soll es ein Goldener Würfel sein oder ein Fertigkeitswürfel, beziehungsweise einer von den doppelfarbigen Würfeln, ziehe ich eben auch einen neuen und, ähm, suche mir dann eben hier meine, äh, Klassenkarte raus. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ich sie habe. Da habe ich die Vorgeschichte. Hier habe ich die Lakaien und den Markt. Hier habe ich auch Markt. Habe ich das einsortiert? Ah ja, doch, habe ich einsortiert, genau. So, und dann müssen hier wahrscheinlich meine Klassenkarten sein. Ja, genau. So, und ihr seht hier, ähm, ihr habt hier auf den Klassenkarten immer Farben. Und, ähm, hier habe ich jetzt eben grün. Und ich habe einmal schwarz. So, rot habe ich nur zwei. Ah ne, hier ist meine dritte rote. Genau. So, die Klassen kommen jetzt erstmal weg, weil ich, äh, habe ja, wie gesagt, schwarz und habe, äh, grün gezogen. Und, ähm, dann kann ich jetzt im Endeffekt hergehen und sagen, so, da ziehe ich mir jetzt einfach eine Karte. Ich nehme einfach die mittlere. So, dann habe ich hier einen Waldläufer. Okay. Gut. Der eingeborene Waldläufer. Und hier hätte ich jetzt einen Schurken. Das passt ja ganz gut beim Menschen sowieso. Und, so. Jetzt kann ich hier noch aussuchen. Das heißt, ich habe ja hier, ähm, zwei Seiten. Und da darf ich mir dann eben eine dieser Seiten aussuchen und lege die Klassen hier drauf. Ich spiele jetzt mal einen drachengeborenen Ruin, äh, Druiden. Ruin, genau. Und hier habe ich einen Dieb oder einen Schurken und hier würde ich einfach mal den Schurken drauflegen. So. Jetzt, äh, habe ich noch Vorgeschichten und, äh, Gesinnung. Das heißt, ich mische hier die Vorgeschichten und jeder bekommt eine Vorgeschichte und jeder bekommt eben auch noch eine Gesinnung. So, ihr seht hier auf den Feldern, hier kommen die Vorgeschichten hin. Ich nehme jetzt hier eine Vorgeschichte, bin also Schurke und Gladiator. Also ich war früher mal Gladiator und, äh, ein gepeinigter Druide. Okay. Gut. Das ist dann also die Vorgeschichte. Und jetzt, ähm, brauche ich noch die Gesinnungskarten. Die müsste ich... Hier habe ich einmal Gesinnung. Okay, da habe ich beim Sortieren wieder was schiefgegangen, beim Einsortieren. Sehe ich gerade. So, hier habe ich meine Gesinnungskarten. Das heißt, ich nehme hier einfach eine Gesinnung, lege die hier drauf. Und hier lege ich auch eine Gesinnung drauf. Hier habe ich Abtrölliger. Passt so ein bisschen zu Schurke und Gladiator. Freigeist. Zu gepeinigter Druide. Ja, gut. Also das, äh, darf man natürlich nicht so sehen, dass man dann hier wirklich einen, einen freien, äh, Charakter schafft, sage ich mal, der komplett zusammenpasst. So, jetzt kriege ich natürlich hier noch, ähm, meine zwei Holzmarker. Hier habe ich schwarz und hier habe ich grün. So, dann kann ich das hier eigentlich auch schon mal wegmachen und, ähm, lege das hier so drauf, dass ich hier einmal in der Mitte der Gesinnungskarte eins drauflege und ich lege hier oben auf meine Klassenkarte. Das ist eigentlich nachher der, ähm, den ich nachher nehme, um meine Punkte zu zählen. Wenn ich nicht irgendwie auf den Zettel schreibe oder so, dann nehme ich nachher diesen Marker, um eben meine Punkte zählen zu können. So, dann haben wir, ähm, noch die Vertrauten. Die haben wir ja bei, äh, Finsit Familia drin und die wollen wir natürlich jetzt auch noch reinbringen und, äh, jeder darf sich dann im Normalfall zwei aus, äh, darf sich dann zwei nehmen. Machen wir jetzt einfach auch mal, wir nehmen hier zwei Stück und einen davon darf ich mir dann eben aussuchen. So, jetzt machen wir das hier mal ein bisschen weg. So, die kommen auch weg. Die kommen jetzt nicht mehr. Ja, so, jetzt habe ich hier, ähm, einmal eine uralte Schildkröte, die zerfurcht ist und ich habe ein silbernes Warzensschwein, das aufdringlich ist und ich finde zerfurchte Schildkröte zum Drachengeborenen passt optimal. Die machen wir so. So, und, ähm, hier habe ich einen Nalus-Neoparden und einen verfluchten Raben. Ähm, da finde ich den Neoparden ganz nett. Dann mache ich mal den Neoparden her. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser Tableau schon mal aufgebaut, haben unseren, ähm, Vertrauten dabei und, äh, jetzt geht es darum, die Marktkarten zu sortieren oder, äh, hinzulegen. Und die Marktkarten haben hier, ähm, das seht ihr hier, das machen wir gleich mal da, genau, da haben wir es, das sind die Zweier. Und dann müsste ich noch, irgendwas ist da schiefgelaufen, ich weiß nicht, ob da mal da kein liegt. Und hier habe ich noch Einser-Marktkarten. Und zwar seht ihr, das sind wir hier, ähm, gucken wir mal, ob man das hier vielleicht ein bisschen sieht. Hier habt ihr eben einen Punkt und hier habt ihr zwei Punkte, ich zeige das vielleicht wirklich mal ein bisschen besser in der anderen Karte. So, also, hier habt ihr einen Punkt und hier habt ihr zwei Punkte. So, jetzt sieht man es, genau. Das heißt, ihr habt einen Einser-Stapel sozusagen und einen Zweier-Stapel und die mischt ihr getrennt voneinander. So, ich mache das einfach mal ganz kurz. So, und so. Und jetzt gibt es hier, ähm, verschiedene Möglichkeiten aus dem Markt Karten zu nehmen. Und da kommt es nämlich so ein bisschen drauf an, mit welchen Erweiterungen ihr spielt oder ob ihr ohne Erweiterungen spielt. Wenn ihr jetzt ohne Erweiterungen spielt, nehmt ihr einfach von jedem Stapel eine bestimmte Menge Karten raus. Wir spielen ja aber mit allen Erweiterungen und so erkläre ich es jetzt einfach auf. Das heißt, ich nehme jetzt die Einser-Karten und lege die auf die Zweier-Karten komplett oben drauf auf dem Markt. Und wir haben jetzt zwei Spieler und bei zwei Spielern nehme ich jetzt 40 Karten hier raus. So, die 40 Karten nehme ich raus und die kommen auf meinen Markt-Ablage-Stapel. So, den bilde ich jetzt einfach mal hier. Ich mache das jetzt mal so. Und, ähm, die kommen wieder hier drauf. Und dann habe ich hier die Abenteuer-Aufruf-Karte. Die gibt es auch nur, ähm, in der Fins & Familia-Erweiterung. Die kommt sonst nicht rein. Und bei zwei Spielern kommt die unter die 15. Karte. Was man ein bisschen sieht, ich weiß nicht, ob man es hier so gut sieht. Ich zeige es mal nochmal kurz hier. Sieht man es, glaube ich, ein bisschen. Mal gucken, ob man es sieht. Ja, ich glaube, man sieht es nicht so gut. Aber wenn man, äh, wenn man Spiel vor sich hat, sieht man es ganz gut. Ähm, leider ist es mal wieder so, dass die Karten, ähm, farblich leider Nuancen, unterschiedliche Nuancen haben. Und, ähm, sowas finde ich immer ein bisschen schade, wenn ich mir eine Erweiterung hole, dass dann eben die Kartenrückseiten zum Beispiel einfach, ähm, farblich wirklich, ähm, zu unterscheiden sind. Bei dem Spiel jetzt nicht ganz so wild, weil ich ja trotzdem nicht weiß, was drunter liegt. Aber es gibt wirklich Spiele, wo ich dann weiß, ah ja, der hat da eine Karte auf der Hand, die von der Erweiterung ist. Das könnte die oder die Karte sein. Und, äh, sowas finde ich immer schade. Ähm, klar, es ist einfach so, es ist natürlich produktionstechnisch nicht so einfach, ähm, aber ich finde es halt immer schade. So, ich will jetzt erzählen, 15. Gut, so, hier kommt eben meine Abenteueraufrufkarte hin. So, die lege ich jetzt hier rein und dann habe ich hier meinen Neubstapel. So, jetzt, äh, ziehe ich natürlich auch noch Karten. Und, ähm, wenn ich, ähm, das normale Spiel spiele, ziehe ich Marktkarten plus 1. Das heißt, als Spieler plus 1 werde ich jetzt 3 Karten ziehen. Ähm, im Fall mit den Erweiterungen ziehe ich eben 2 Karten. Und lege hier einfach mal 4, ich lege die hier oben hin, ich lege die Initiativkarten runter, 4 Marktkarten auf. So, als nächstes, ähm, ähm, lege ich die Initiativekarten aus. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Das sind die Initiativekarten, ähm, für das, äh, für die Erweiterung mit, äh, Finzenfamilia. Und dann habe ich hier noch so diese Punktekarten. Das ist das, wo ich zum Schluss eben meine Punkte eintragen kann, ähm, und, ähm, meinen Stein drauflegen kann. Die legen wir jetzt mal weg, die brauchen wir nicht. Und hier habe ich dann nochmal die Karten, das sind die für, ähm, für das normale Spiel, beziehungsweise mit Monstern, Minions, ähm, wenn ich dann mit 5 Spielern spiele, dass ich auch ein 6er hier draußen liegen habe. So, jetzt ist es so, hier lege ich wirklich nur, ähm, die Karten hin, ähm, für die 2-Spieler-Variante. Das heißt, ich habe jetzt 2 Spieler und ich habe immer diese Karte. Das heißt, die Karte kommt immer hin, also würde ich jetzt mit 3 Spielern spielen, würde es so aussehen, bei 4 Spielern eben so, bei 5 Spielern würde es so aussehen. Das heißt also, diese Karte kommt immer hin, das ist sozusagen die Plus-1-Karte bei der Initiative, weil ansonsten mache ich eigentlich mal, äh, eine Karte mehr. Ähm, und das bedeutet jetzt diese Karte hier, das heißt, ähm, das ist immer die höchste Karte. Egal, mit wie viel ich nicht spiele, die kommt immer ganz zum Schluss. So, und jetzt seht ihr hier, wir haben hier ein Gold drauf, das heißt, wir legen hier auch gleich einmal Gold drauf. Was wir jetzt aber noch machen müssen, ähm, ist, dass wir ja auch noch Dämonenkarten hinlegen müssen. Ähm, das seht ihr hier, wir haben jetzt also hier Dämonen und müssen an die Dämonen, äh, an die Karten mit Dämonen eben auch noch Dämonenkarten legen, mischen den Dämonenstapel und legen hier noch eine Dämonenkarte hin. So, so, dann kann ich mir hier eigentlich so ein bisschen daneben legen und dann habe ich hier meine Dämonenkarte. So, ähm, als nächstes, ähm, ziehe ich Würfel, äh, die Markkarte habe ich raus übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, dass sie hier neben dran liegt. Die kommt, äh, bei der, ähm, bei den Erweiterungen eben aus, aus dem Spiel. Die muss ich mir mal extra legen, dass ich das nicht immer dauernd da rumliegen habe. Gut, ähm, jetzt ist es so, dass ich eben, ähm, Würfel, äh, ziehe. Und jetzt ist es auch wieder unterschiedlich, also die Würfel, die ich hier am Anfang gezogen habe, kommen hier wieder rein. Ähm, wenn ich nur das Grundspiel spiele, äh, ziehe ich Würfel, ähm, für jeden Spieler einen sozusagen plus vier. Das heißt, ich müsste jetzt hier sechs Würfel ziehen, bei drei Spielern sieben Würfel, bei vier Spielern acht Würfel. Ähm, spielt man zu fünft und mit der Monster Minions Erweiterung werden auch nur acht Würfel gezogen. In dem Fall ist es so, es werden immer sechs Würfel gezogen. Das heißt, spiele ich also mit der, die beiden Erweiterungen, ziehe ich einfach sechs Würfel. Das mache ich jetzt einmal für hier. Dann ziehen wir sechs Würfel. Eins, zwei, drei, vier, oh, gar nicht schlecht, fünf, sechs. So, und das gleiche mache ich hier neben dran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, das ist immer das Erste. Und, ähm, dann gehe ich einfach her und Würfel einmal. Bestens so, dass ich natürlich nicht die Würfel durcheinander bringe. So, und jetzt setze ich meine Würfel ins Tableau ein. So, normalerweise, wenn ich im Spiel bin, ist es so, dass ich, ähm, hier Attributsreihen habe und dann eben auch noch bestimmte Dinge machen kann, wenn ich Würfel einsetze. Wenn ich aber Würfel einsetze, die ich am Anfang ziehe, zählen meine Attribute nicht. Ich werde jetzt auch einfach mal wahllos Würfel setzen, ähm, weil sonst dauert es einfach zu lange. Ich setze jetzt mal diesen Würfel hier, denn hier, denn hier, wie gesagt, es macht jetzt wahrscheinlich auch keinen Sinn. Wobei, ich könnte ja so ein bisschen gucken. Ähm, hier oben bräuchte ich rot, aber das ist jetzt auch egal. Hier könnte ich blau bei der Intelligenz, dann setze ich den hier auch gleich, dann habe ich das längstens schon mal und setze die hier so ein. So, was passiert jetzt, ähm, im Endeffekt ist es so, dass ich jetzt hier, ähm, zwei goldene Würfel habe und für diese zwei goldenen Würfel bekomme ich schon mal jemals zwei Gold. Das heißt, ich bekomme hier schon mal vier Gold, dafür, dass ich die eingesetzt habe. Und wie ich noch Gold bekommen könnte, ist, indem ich hergehe und das so mache, hätte dann schon eine Attributreihe voll und bekäme dann ein Gold. Mein Problem ist aber, im Spiel kann ich dann dieses Attribut auch nicht mehr nutzen, weil ich die Reihe schon voll habe, außer ich, ähm, schaffe es dann wieder, den Würfel irgendwo rauszunehmen. Was ich natürlich auch machen kann, ist, äh, am Anfang auch gleich hier meinem Vertrauten zum Beispiel einen Würfel geben. Ähm, hier gibt es keine Attributreihe, das heißt, diese Kraftreihe, die gibt am Ende einfach nur noch Geld. Äh, äh, Ansehenspunkte, wenn ich eben schaffe, ähm, hier, das hier zu erreichen, beziehungsweise hier auch die richtigen Würfel zu haben. Das heißt, den kann ich, würde ich jetzt gar nicht setzen, ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich den hier setzen, ähm, nee, das bringt auch nichts. Ich müsste jetzt hier zuerst mal einen weißen setzen. Ich muss aber auch immer von links anfangen, ich kann dazu nicht sagen, ich fange hier an. Ich muss immer den ersten Würfel auch wirklich auf die linke Seite setzen. So, ähm, der braucht Kraft 5 bis 6, das heißt, ich setze hier eh keine hohen Würfel ein, das ist gar nicht so schlecht. Dann, äh, mache ich den lieber später. So, das Gleiche mache ich hier. Ähm, hier gucke ich auch, hier habe ich zum Beispiel rot gleich am Anfang, also warum nicht, dann setze ich doch rot hier mal ein. Hier bräuchte ich hier oben einen schwarzen, dann setze ich hier schwarz ein, ähm, brauche ja auch relativ viele Punkte und mache den Rest einfach so. Das ist jetzt vom Würfelergebnis nicht so der Wahn, also drei Zweier und ein Einser und hier oben noch ein Dreier. Ist jetzt nicht unbedingt, äh, wahnsinnig gut gewürfelt, ähm, ist aber jetzt mal so, kann man nicht ändern. Gut, so habe ich jetzt einfach mal den Würfel eingesetzt, hier habe ich wieder einen goldenen Würfel eingesetzt und bekomme natürlich auch gleich wieder, ähm, zwei Gold. So, jetzt geht's los, dass wir noch Monster brauchen, da wir ja mit den Erweiterungen spielen. Wie gesagt, mit den Erweiterungen brauche ich eben auch noch Monster. Und, ähm, die Monster haben wir hier. Und ihr seht auch bei den Monstern hier, haben wir immer wieder die Farbe. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal her und nehmen alle Monster raus, die die Farbe haben, die wir schon als Spieler haben. Das heißt, alle grünen und alle schwarzen Monster. So, das sind hier jetzt noch die neuen Rundenablauf-Teile. Ähm, Karten, die könnt ihr natürlich auch noch verteilen, damit einfach jeder so ein bisschen drauf gucken kann, ähm, wie es aussieht. Und hier habt ihr dann einfach auch zum Schluss nochmal die Möglichkeit, eben eure Ansehenspunkte mit dem Marker zu markieren, äh, oder sie eben auf den Blog zu schreiben, oder sie direkt in eine App oder sowas einzufügen. So, okay. Das heißt, die Monster sind hier raus. Ich habe jetzt hier noch einige Monster übrig. Und, ähm, ihr seht hier, hier gibt es auch noch viele Monster, äh, doppelt. Und das bedeutet folgendes, ihr habt hier unten 2P Plus stehen. Ich gucke mal, ob man das vielleicht hier irgendwie, äh, ob ich das irgendwie hinkriege. Äh, zoome da wieder nicht. Automatisch, ne? Komm her. Er macht nicht. Also ganz unten auf der Karte steht entweder 2P Plus oder es steht 1 drunter. Jetzt sortieren wir natürlich noch alle aus, bei denen 1P steht, weil das ist dann für Solospiel. Und, äh, wahrscheinlich hatte ich die auch sortiert und habe sie jetzt wieder auseinander sortiert. Aber ich werde es jetzt einfach so machen, dass ich die hier so reinige. So, das heißt, das sind noch die übrig gebliebenen Monster. Äh, spielen wir natürlich zu 5, ist eben nur noch eine Farbe übrig. Ähm, dann bedeutet es, äh, ihr könnt, ihr habt nicht so viel Auswahl an den Monstern, die, oder an Monstern, die reinkommen können, beziehungsweise das eine Monster reinkommen kann. So, ich ziehe jetzt einfach ein Monster und ziehe das hier und habe den Drachen, den wir zum Schluss besiegen müssen. So, und den legen wir uns mal hier schön hierher. Und, ähm, jetzt haben wir noch Karten, die wir dazu brauchen. Und zwar haben wir hier, äh, Ortskarten, Hinderniskarten und Angriffskarten. Und jetzt brauchen wir natürlich auch dementsprechend für den richtigen, äh, für das richtige Monster, die richtigen Karten. Die suchen wir jetzt hier raus. Hier steht jetzt schon Hindernis Drache. Das heißt, ich habe hier schon mal die Hinderniskarten. Ich habe hier Ortsdrache. Ah, auch wieder gut sortiert, sehe ich gerade. Warum auch immer. So, Angriff, Hindernis, Ortsangriff. Und jetzt kommen schon die Hydra. So, das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit aus diesen drei Karten, da werden wir jetzt ganz einfach hergehen und werden jetzt, ähm, jeweils eine Karte ziehen. Und legen diese, äh, Schlau, legen diese verdeckt neben unser Monster. So, nehmen wir die hier und dann nehmen wir noch die hier. So, und die bleiben auch verdeckt. Die können eben nur während des Spiels von einzelnen Spielern aufgedeckt werden. So. Jetzt haben wir noch die Lakaien. Das heißt, wir brauchen noch einen Lakaienstapel. Der ist hier und dann ist hier noch einer. Ich weiß nicht, ob ich den aussortiert hatte oder... Ich mische den jetzt einfach mal rein. Das heißt, wir machen jetzt hier noch einen Lakaienstapel. Und, ähm, der folgt wieder folgendermaßen. Oh, ich habe wieder Mist gebaut. Okay. Also auch bei dem Lakaienstapel haben wir wieder zweier Lakaien und einer Lakaien. Und ich habe natürlich jetzt erstmal einfach nur gemischt. Das war natürlich sehr schlau. Dann beheben wir das jetzt mal schnell. Das ist also das gleiche wie beim Marktstapel. Das war jetzt echt. So. Jetzt passt's. Also. Dann mischen wir den Einerstapel. Und den Zweierstapel. Und wenn wir nur mit Monsters und Minions spielen, würden wir dann von jedem Stapel einfach wieder sieben rausnehmen. Und, ähm, da wir aber mit beiden spielen, wird der Einerstapel, das ist der Zweier, ja. Wird der Einerstapel einfach auf den Zweierstapel gelegt, wie bei den Marktkarten auch. Und wir nehmen uns 18 Karten aus. Und dann ist unser Deck auch fertig. Außer, dass wir jetzt noch den ersten Lakaien aufdecken, sind wir jetzt mit Aufbau durch. Also ihr seht, ähm, ähm, es ist schon ein bisschen Aufbau da. Man muss ein bisschen die Karten vertieren und alles. Man hat hier jetzt noch die Erfahrungspunkte. Hier haben wir noch unsere Würfel. Hier haben wir unseren Startspielermarker. Den geben wir einfach hier rüber. Alles andere. Ah, doch. Wir legen hier natürlich noch diese Marker bereit. Die brauchen wir während des Spiels natürlich auch. Die legen wir einfach mal hier her. Und, ähm, das Gold. Gut, das kann man uns auch noch hier irgendwo hinlegen. Das legen wir da hoch. Und dann haben wir eigentlich alles aufgebaut. Und, ähm, ja. Also es hat sich so ein bisschen, ähm, durch die Erweiterung ist dann echt so ein bisschen mehr dazugekommen. Es sind natürlich deutlich mehr Marktkarten. Es sind deutlich mehr Lakaienkarten durch die zweite Erweiterung. Deswegen werden die komplett aufeinandergelegt und dann eben komplett von dem kompletten Stapel runtergenommen. Und, ähm, es gibt natürlich auch deutlich mehr Würfel als im Hauptspiel. Und dadurch ist der Aufbau so ein kleines bisschen mehr geworden. Aber, wenn man es so zwei, dreimal gemacht hat, dann kommt man eigentlich relativ schnell zurecht. Das einzige Problem, was ihr gesehen habt, das passiert mir leider sehr oft. Ich schmeiße dann die Marktkarten auf einmal zusammen, mische die und merke dann, ach nee, ich muss sie erst getrennt mischen. Das passiert mir aber nicht nur hier. Das passiert mir bei vielen Spielen. Ich sortiere sie schön getrennt und dann mische ich sie erst mal zusammen, um sie dann wieder auseinanderzusetzen. Gut. Dann, äh, haben wir mal den Aufbau von Roleplayer fertig. Und, ähm, ich werde natürlich auch gleich jetzt die Regeln erklären, bevor wir dann natürlich als nächstes dann in die, äh, den Aufbau des nächsten Spiels gehen. Weil das müsste ich ja wieder abbauen. Ähm, aber, ähm, wie ihr gewohnt seid, werden die Videos wirklich, äh, ja, einzeln gemacht. Das heißt, äh, ich mache zuerst jetzt die Spielaufbau, ähm, als ein Block dann nachher im Video. Und, ähm, ja, ich werde natürlich die Regeln auch in einem Block im Video machen. Und, ähm, ja. Ja, ich hoffe, es war soweit verständlich und klar, außer, dass ich wieder angefangen habe, wie gesagt, äh, irgendwelche Karten zusammenzumischen, um sie dann nachher wieder auseinanderzusortieren. Ähm, ähm, und, ähm, ja, dann werde ich mal mit den Regeln loslegen und, äh, wünsche euch da auch viel Spaß bei. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ne, halt, nicht bis zum nächsten Mal. Ich bin ja noch dran und wir machen ja mit dem Regeln, mit dem Aufbau weiter. Ich bin es schon gar nicht gewohnt, dass ich mehrere Spiele lindern und mache. Also nicht bis zum nächsten Mal dranbleiben und dann gleich gucken, wie Lockup aufgebaut wird. So, das nächste Spiel, das wir vor uns liegen haben, ist Lockup. Und auch da zeige ich euch natürlich, was drin ist und baue es für euch auf. Und, äh, ja, wünsche ich euch auch hier viel Spaß bei. So, Lockup. Ihr seht, äh, auf Englisch, wie gesagt, ähm, gibt's eben nicht auf Deutsch. Äh, jetzt habe ich bei meinem Wer wie was, ähm, gesagt, dass es hier Alter ab 14 ist. Und ich habe meine, ähm, Sachen eben von BGG und da steht eben wirklich dran Alter ab 14 und, äh, Community ab 10, was ich auch verständlicher fand, weil ich habe bei Wer wie was auch schon gesagt, ich verstehe 14 nicht so ganz. Ähm, sehe jetzt hier auf dem Karton das Alter 10. Das heißt, ähm, falsche Info von BGG, ähm, das ist also wirklich so, dass das Spiel ab 10 ist. So, schauen wir mal rein. Ja, das ist natürlich auch nicht so. Ja, das ist natürlich auch nicht so. So, äh, dann haben wir hier einmal den Spielplan logischerweise. Und, ähm, schwarz gibt's jetzt hier nicht, äh, dann könnte ich sagen, okay, ich nehme halt was anderes, könnte ich dann grün noch nehmen. Ähm, oder ich, ähm, mache einfach wieder so, dass ich hier gehe und ziehe eben eine und, ähm, nehme dann eben was. Die Gards hier, ähm, das sind nur die, ähm, die ich, ähm, für das Solospiel brauche. Das heißt, äh, die lege ich auch gleich wieder hier rein. Und die Karten hier sind eben auch Solospiel. Die lasse ich auch mal schön hier drin. Und alles andere brauchen wir, das ist das Spiel. So. Gut. Und dann hat jeder so seinen Zellenblock sozusagen, ähm, so seinen Kartenhalter. Ich nehme jetzt hier einfach mal gelb und grün. Das heißt, ich nehme hier einmal die Kobolde und ich nehme hier einmal die Insektuiden. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich dann jetzt die richtigen hier habe. Ja, das sind die, genau. Ähm, die stelle ich natürlich so rum hin. Das heißt, dass meine Mitspieler nicht sehen, welche Plätzchen ich hier reinmache. Und, ähm, ich kann hier eben auch nochmal zwei Seiten spielen. Ich kann also für ein Anfangsspiel sagen, okay, komm, ich nehme die Vorderseite, die sind bei allen gleich. Ähm, es kriegt hier jeder einen Powerwürfel und es hat ja jeder die gleiche Lager. Und ansonsten gibt es auch keine sonstigen Fähigkeiten. Da steht halt so ein bisschen, äh, Text. Und ich kann hier dann eben meine Items und meine Gooms, ähm, meine Schläger und meine Gegenstände hinlegen. Ich versuche es auf Deutsch zu machen. Ist immer nur, wenn ich es dann lese, sage ich es dann meistens doch auf Englisch. Oder man kann gleich hergehen und kann die Rückseite spielen, die dann eben verschiedene Startbedingungen hat. Und, ähm, das Ganze dann eben, ja, ein bisschen asymmetrischer macht. Und, ähm, ich glaube, das werden wir am Mittwoch dann auch gleich so spielen. Weil, ja, also das ist ja so. Man kann das natürlich so spielen, aber es macht auch nicht viel mehr aus, wenn man es so spielt. Also man hat das Spiel trotzdem gleich verstanden. Gut, dann bauen wir das Ganze mal auf. Das hier kommt alles weg. Wir bauen hier einmal das Spielbrett auf. Das Spielbrett ist in dem Fall wirklich mal wichtig, wie oben es liegt. Das hier ist das Spielbrett für drei. Oh, das geht ja schon gar nicht mehr, ne? Die ist schon zu hoch. So, was ist denn hier mit der Kamera eigentlich los? Muss ich die Kamera mal ein bisschen anders einstellen hier? So, das ist das Spielbrett für drei bis fünf Spieler. Ich glaube, jetzt sehe ich das. Genau. Drei bis fünf Spieler. Und, ähm, auf der anderen Seite habe ich eben das Spielbrett für ein bis zwei Spieler. Es gibt also eben Solo-Modus. Und dann habe ich hier ein bis zwei Spieler. So, jetzt mache ich das hier so. Dann kann man dann alles sehen. Und, ähm, ich lege das wieder so aus. Wie gesagt, ich baue ja immer für zwei Spieler auf. Ähm, irgendwie ist das Ganze, denke ich, ein bisschen schief, sehe ich gerade. So, das ist ein bisschen besser, ne? So, ja, gut. Und, ähm, wie gesagt, ich baue immer für zwei auf. Und wir fangen einfach mal an. Wir haben hier unsere Plötchen. Und wir müssen hier irgendwo, äh, hier. Genau, da haben wir den Startspielermarker. Und unsere Ressourcen. So, das ist einmal der Rundenmarker. Der Rundenmarker kommt hier auf, äh, die Eins. Dann machen wir hier einfach unsere Ressourcen rein. Die wir während des Spiels bekommen können. Und. Das stellen wir daher. Und dann haben wir hier unseren Startspielermarker. Den gebe ich mal hier rüber. Und als nächstes haben wir noch die Verdachtsmarker. Diese Verdachtsmarker sind die grauen Würfel, die ich ja doch da habe. Und die Verdachtsmarker kommen hier alle her. Und, äh, dann habe ich Gegenstandskarten. Das sind die hier. Wir haben hier unsere Gegenstände. Das sieht man hier auch ganz gut. Also, man kann hier echt ganz gut alles erkennen. Ähm, das sind unsere Gegenstandskarten. Die mischen wir einfach mal durch. Legen sie natürlich auf das Gegenstandsdeck hier. Und ziehen logischerweise hier einfach drei Gegenstände auf. Auf der anderen Seite sind es dementsprechend mehr Gegenstände. Das ist immer ein Gegenstand mehr als Spieler sind. So, ähm, dann habe ich das Schlägerdeck. Also unsere Guts, wie sie hier heißen. Das sind unsere Schläger. Und die Schläger, die habe ich hier. Die mische ich auch einfach einmal durch. Und setze dann auch gleich an jedem Raum hier eben einen Schläger hin. So, jetzt passiert hier noch Folgendes. Wir haben hier diese Verdachtsmarker. Und immer wenn auf diesen Schlägern hier rechts Verdachtsmarker abgebildet sind, dann kommen in diesen Raum auch dementsprechend diese Verdachtsmarker. Das heißt, hier kommt zwei ein. Und hier kommt ein Verdachtsmarker rein. So, äh, als letztes an Karten. Nee, ist nicht als letzter. Stimmt gar nicht. Was wir hier noch haben. Als letztes auf dem Board an Karten sind unsere Folianten. Die messen wir auch einfach einmal durch hier kurz. Und, äh, legen sie dann einfach auch hier her. So, ähm, dann habe ich hier noch, ähm, die Trades brauchen wir nicht. So, schupf. Und wir haben hier eben noch die, ähm, unsere Zielkarten. Hier haben wir noch Rundenablaufkarten. Ähm, ähm, ja. Ja, also, äh, es ist so. Das ist ja alles relativ groß hier. Das, also ich kann ja eh schon mit Brille, ohne Brille geht eh schon schwer. Aber ich glaube, da haben viele Probleme. Auch die, die keine Brille brauchen. Das ist echt klein geschrieben. Das könnt ihr natürlich jedem Spieler einfach noch in die Hand drücken. Ähm, damit das ein bisschen den Rundenablauf nochmal hat. Und hier haben wir verschiedene, äh, Zielkarten. Wir haben einmal, ähm, Spielendekarten. Wir haben einmal Anführerkarten. Und wir haben einmal, ähm, Sofortkarten. So, und davon ziehen wir einfach immer eine. Legen sie einfach mal hier her. So. Hier haben wir die ausgewählt. So, wie gesagt, Spielertableaus haben wir schon. Wir haben, ähm, wir legen hier immer noch die, Stärke-Marker hin. So, ich baue jetzt trotzdem mal die Seite auf, damit ihr das einfach mal seht, wie es läuft, wenn man die A-Seite aufbaut. Es gibt eben, wie gesagt, die A- und die B-Seite. Jeder kriegt hier einen, so einen Stärke-Marker. Und jeder bekommt natürlich noch seine Crew-Marker. Das heißt, ähm, ich habe hier einmal grün. Ähm, und ich habe hier drüben gelb. Und die setze ich hier ein. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal kurz. Wenn ich es fertig habe, wie das dann aussieht. Und die anderen brauchen wir dann auch gar nicht. Das heißt, hier kommt einer aus dem Spiel. Wir brauchen natürlich nur die für unsere... So, okay. Das heißt, hier rein. So, und dann haben wir hier noch unsere Ansehens-Marker. Und die kommen am Anfang auf die 10, wenn wir eben mit der A-Seite spielen. So, jetzt wollte ich euch ja noch zeigen kurz, wie das aussieht. Mal gucken, dass ich dann auch sehe, was ich zeige. Ähm, das sieht dann so aus. Ja, also ihr habt hier eure Marker drin. Ähm, das sind fünf, das sind zwei, vier, sechs Stück, genau. Und, ähm, solltet ihr zu fünft spielen, kommt der zweier Marker raus. Ansonsten habt ihr eben alle Marker zur Verfügung. Das ist auch bei allen gleich. Ähm, nur die Bildchen sind anders. So, äh, dann haben wir Lockup aufgebaut. Ihr seht, das war relativ flott. Es waren ein paar Karten auseinander sortieren, ähm, drauflegen. Ähm, das ist auch alles schön groß auf dem Brett eingezeichnet, so dass ihr da eigentlich keine Probleme habt. Ähm, und, äh, das eigentlich auch alles schnell findet. Ein paar Ressourcen bereitlegen. Äh, die Tableaus bereitlegen. Wie gesagt, ihr könnt, äh, noch mit der Rückseite spielen. Dann müsst ihr den Aufbau ein bisschen anders machen. Da sind dann nochmal zwei Sachen, die anders sind, äh, bei jedem. Äh, und, äh, das war's dann auch schon. Also, es ist jetzt, wie gesagt, kein Hexenwerk, auch die B-Seite gleich zu nehmen. Man kann aber auch ganz einfach mit der A-Seite anfangen. Das werde ich auch, äh, in den Regeln einfach so machen. Und, ähm, ja, mit dem Aufbau, ähm, sind wir jetzt hier fertig. Es kommt jetzt noch ein Aufbau sozusagen. Bei ein bisschen Aufbau ist es. Äh, Kartograf. Kartografin habe ich, wie gesagt, nicht da. Ja, da werde ich dann einfach dazu sagen, was sich da ändert. Und, äh, ansonsten könnt ihr natürlich jetzt beim Regelwerk gucken. Da werde ich jetzt natürlich auch, äh, die Regeln natürlich noch zum Lockup machen. Und dann könnt ihr euch natürlich auch noch zu Lockup die Regeln anschauen. Und da wünsche ich euch einfach weiter viel Spaß bei mir. Ja, dann kommen wir mal noch zum letzten Spielaufbau in der Roleplayer-Reihe. Ähm, wie gesagt, Kartografin habe ich nicht. Ich baue nur Kartograf auf. Aber, ähm, wie gesagt, äh, Unterschied erkläre ich kurz. Und, ähm, gibt es eigentlich auch nicht viel. Gut. Dann viel Spaß. Also, ich zeige natürlich, wie immer, was drin ist. In dem Fall ist es nicht so viel. Und, ähm, baue einfach mal ein bisschen auf. Ja, wie ihr seht, ähm, schön kompakt. Die meisten werden Kartograf, denke ich, auch schon kennen. Ähm, und, ähm, wir haben natürlich eine Spielanleitung drin. Wir haben nicht mehr 100 Blätter. Wir haben ja schon ein paar Mal gespielt. Aber, so arg fehlen ist es auch gar nicht. Doch, ein paar Spiele haben wir schon gemacht. Und, ähm, ich muss dazu sagen, was ich bei Kartograf echt immer schlecht abschneide. Ist irgendwie nicht so meins. Also, ich spiele es gerne. Aber es ist irgendwie, komme ich nicht ganz so, bei mir nicht ganz so viel raus. Und hier gibt es natürlich noch, äh, dementsprechend natürlich Stifte. Und, äh, jeder nimmt sich dann einfach auch mal einen dieser Zettel. Ich mache die jetzt nicht auf. Also, ich baue es jetzt einfach nur so auf. Ich muss jetzt hier keinen Zettel abreißen. Ähm, wir trennen hier ganz kurz. Wir haben hier die Hinterhalte. Dann haben wir hier einmal die, ähm, normalen Karten. Ich weiß gar nicht, das ist ja nicht gemischt. Okay. Hier haben wir die Jahreszeitenkarten und hier haben wir die Grete. Und, äh, hier haben wir noch Fertigkeitskarten, die wir, ähm, eigentlich nie gespielt haben bis jetzt. Das muss ich ehrlich sagen. Das müssen wir vielleicht auch mal ausprobieren. Die Fertigkeitskarten. Und das ist ja eine kleine Erweiterung. Die haben wir, wie gesagt, noch nie gespielt. Und hier haben wir dann eben noch die Wertungskarten. Und, äh, wir machen jetzt das folgendermaßen. Wir haben hier einmal, wir fangen immer beim Frühling an. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Das heißt, wir legen uns hier einmal die Karten hin. Und wir legen uns hier die Grete hin. A, B, C und D. Und haben jetzt eben, wie gesagt, hier unsere, ähm, Wertungskarten. Es ist schon spät, merke ich gerade. Unsere Wertungskarten. Und davon mischen wir jetzt einfach mal. Und legen einfach, äh, je eine davon unter die Dekrete. Sortieren und mischen. Ah ja, ich glaube, ich muss das so machen. Ja, gut, stimmt. Sonst habe ich ja immer die gleichen. Das ist so das, was ich ja, habt ihr ja bei Worldplayer schon gemerkt. Ich mache das gern nicht. Erstmal alle Karten mischen. Dann, äh, gehe ich her und, ähm, sortiere sie wieder neu. Und dann mische ich sie nochmal. So, also machen wir das so. So, so, und dann noch. So, so, und am Anfang kommt auch ein Hinterhalt rein. Das heißt, auch hier mische ich, lege einen hier rein. Dann lege die restlichen Hinterhalte hier drauf. Und dann mische ich meine Karten. So, und dann war es das auch schon. Ja, das war der Spielaufbau zu Kartograf. Ja, wahnsinnig weiß. Aber ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass wir, dass ich den Spielaufbau einfach komplett in ein Video gepackt habe. Das sind ja die anderen Sachen auch noch aufgebaut. Und jetzt gucke ich gerade mal ganz kurz, ähm, Erkundungsstapel, ja genau. Also bei der, ähm, bei der Kartograf hin ändert sich nur eins. Es gibt da noch Heldinnen oder Helden und Heldinnen und dann kommt eben nicht nur eine Karte, eine Hinterhaltskarte hier rein, sondern es kommt eben noch eine Karte der Helden oder Heldinnen hier rein und wird eben genauso mit hineingemischt. Und das ist eigentlich schon alles, was sich ändert. Es gibt natürlich, äh, logischerweise neue, andere Blöcke. Und ansonsten bleibt alles beim Halten. Ja, das war es jetzt komplett mit Aufbau, Roadplayer, Logup und Kartograf, Kartografin. Und, ähm, ja, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und guckt natürlich gerne in die Regeln rein. Ähm, ich werde jetzt mich hier gleich noch, äh, kurz um die Regeln für Kartograf natürlich kümmern, das natürlich auch noch fertig machen. Und wenn ihr, äh, sehen wollt, wie sich das Ganze spielt, am 8.9. ab 19.30 Uhr spielen wir live, auch in dieser Reihenfolge. Das heißt, wir werden zuerst, äh, Rollplayer spielen, dann Logup spielen und zum Schluss noch Kartograf und Kartografin. Also wir haben zumindest beides vor. Und, ähm, wenn es dann noch zeitlich geht, versuchen wir mal vielleicht mal eine Runde Kartografin, Kartografin gemischt. Also das sozusagen die Kartografin als Erweiterung zu nutzen. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann einfach zeitlich da noch hinkommen. Aber, ähm, ja, wir schauen einfach mal. Ja, das sehen wir dann am Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch, den 8.9. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Und, äh, ansonsten dann einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Spielwald sagt auf Wiedersehen, bis bald und spielt noch schön.